Ja, die entscheidende Wahlentscheidung wird wohl sein, auch wenn ich die Reformen der Next Scientists for Future nicht hundertprozentig verstehe und unendlich weit davon entfernt wäre, sie selber auch nur im Entferntesten umsetzen zu können, wähle ich sie dennoch, weil ich spüre, dass die das genau richtig machen werden. Eine solche Wahlentscheidung ist das Einzige, was wohl möglich ist, denn die Sache ist zugegebenermaßen so schwierig, dass es nicht anders geht. Ja, also das heißt, man muss eigentlich den Wählern es anbieten, so nach dem Motto, liebe Wählerinnen, sie müssen den Volksentscheid und die Wahlalternativen, besonders auch die Wahlalternativen der Next Scientists for Future.de nicht hundertprozentig verstehen. Aber wenn sie spüren, dass das die besten Reformer für Deutschland sind, dann sollten sie ihnen dennoch die Stimme geben, sie müssen nicht alles, sie müssen ja nicht 50 Jahre Wissenschaft machen und alles bis ins Letzte verstehen, sondern wählen sie uns als Partei, weil wir in unserem Volksentscheid die Besten stehen haben. Ja, also quasi die Frage aller Fragen wird in Zukunft nur noch sein, wenn es um gute Parteien gehen soll. In welcher Partei gibt es ausreichende interne Kompetenz für die besten Reformen der Experten? Also in welcher Partei gibt es erstmal überhaupt ausreichende interne Kompetenz dafür in einen solchen ähnlichen Volksentscheid mit fünf Wahlalternativen? Das wäre jetzt nur ein Reformbereich und dann müssen Sie sich da vorstellen, darunter weitere und noch weitere und noch weitere und immer drei bis sieben Wahlalternativen oder so. Und dann können Sie in einem Volksentscheid sagen, welche Ihnen die liebste ist. Aber welche Partei Sie in Zukunft wählen, entscheiden Sie danach, ob in diesen hier zum Beispiel fünf Wahlalternativen auch richtig brillante Wahlalternativen auftauchen. Wenn dort nur mittelmäßige oder uninteressante Wahlalternativen auftauchen, dann wählen Sie diese Partei nicht, sondern Sie wählen die, bei denen der Volksentscheid hochkarätiger ist oder am hochkarätigsten zumindest aus Ihrer Sicht als Wählerin ist. Hier unten rechts an dem runden Ding grundsätzlich immer schneller drehen, niemals Sendungen langsam schauen, sondern immer mindestens 1,5 bis zweifacher Geschwindigkeit. Ja, und deswegen zeige ich Ihnen das jetzt auch als Hinweis. Also, im Moment macht, ja, das kann ich vielleicht mal hier vorlesen. Also, in Zukunft wählt man also die Partei, die für ihr Volksentscheid-Wahlprogramm die besten Reformkonzepte der besten Experten gefunden hat. Und dann kann man sich nämlich auch das ganze Brimborium der Machtbegrenzung, also ich habe so eine, ja, etwas vage, also nicht ganz klare, aber doch eine gewisse Einladung vom Landesvorsitzenden Baden-Württemberg bekommen, telefonisch jetzt. Wobei, ja, es eben jetzt keine Einladung war, jetzt wohl wahrscheinlich sehr viel beitragen zu können oder diskutieren zu können. Also, unser Vorschlag, dass man das ganze Machtbegrenzungsbrimborium ja weglassen kann, das wird dann nächste Woche auch unser, also mein Beitrag sein, das Mitglied von Wir2020 EU, das ja noch bei Wir2020 ist. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen berichten von ihrem, ihrem Experiment, denn dieses Mitglied von Wir2020 EU bietet ja der Basispartei nicht nur dieses Schema des Volksentscheid-Wahlprogrammes an, was sie gemacht hat, geschrieben hat, getippt hat, mit unserer Hilfe natürlich, weswegen wir auch die Rechte darauf haben, sozusagen. Und das, das Mitglied hat aber noch ein Experiment gemacht, nämlich, aber erst einmal das zu Ende, also meine Rede wird sein, das mit unserer Demokratisierungskette aus. Wohlfühlstimme, Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden und circa alle drei Monate größere Volksentscheide, wobei bei den Mini-Vorwahlen-Volksentscheide die WählerInnen, die repräsentative Wähler-Stichprobe der ungefähr 500, quasi schon bestimmt, wie die Themen des nächsten Volksentscheids heißen müssen, sodass man dann gar keine Unterschriften mehr sammeln muss und all dieses Theater nicht mehr nötig ist, sondern das wird zum Standard, ja. Wenn die Leute, die 500 WählerInnen der repräsentativen Wähler-Stichprobe der Vorwahlen-Minivolksentscheide irgendeinen Volksentscheid für nötig halten, dann wird er gemacht, Punkt, aus, fertig. Ja, und und zwar mehrheitlich natürlich, wenn es dafür eine Mehrheit gibt. Und ja, und wenn man dann noch zu unserem Gesamtprogramm der Totalreform der Medienwelt gehören dann ja auch die Demokratie pur, freie Argumente-Kultur, freie Argumente-Plattformen, Talkshows sozusagen, die am Ende dazu führen, dass wir quasi alle Bürger geübt sind in Demokratie, also das ist quasi das Übungsfeld in Demokratie, ständig stellen sich neue Reformer vor und dann dürfen die Fernsehzuschauer wählen in einer Sendung morgens, nachmittags, abends, also über den Tag verteilt, sodass möglichst viele Zuschauer üben können und selbst per Telefon wählen können. Natürlich sind das keine repräsentativen Wähler-Stichproben, deswegen gibt es dann eben die vom Bundeswahlleiter und den Landeswahlleitern durchgeführten Vorwahlen-Minivolksentscheide mit repräsentativen Wähler-Stichproben und die Vorwahlen-Minivolksentscheide, dort werden die Themen für die großen bundesweiten Volksentscheide gewählt und dann hat man mit ganz geringem Aufwand, also mit dem ganz normalen Wahlaufwand der bisherigen Wahlen, die erhalten bleiben, alle drei Monate muss man mal zu einer Volksentscheidswahl und alle zehn Jahre nimmt man mal für drei Stunden an einem Mini-Volksentscheid, nee, Vorwahlen-Minivolksentscheid-Teil und so viel, wie man Lust hat, schaut man sich die, schaut man bei den Demokratie-Pur-Talkshows zu und wählt da nach Herzenslust, wie man möchte. Und die Wohlfühlstimme, da braucht man alle paar Wochen, paar Minuten, um die Veränderung abzugeben und das ist mit ganz wenigem Aufwand, hat man eine totale Demokratie hergestellt, wo es der Lobbyismus, durch die Wohlfühlstimme stoppt ja der Lobbyismus, von heute auf morgen gibt es keinen Lobbyismus, keinen Konzerneinfluss auf die Politik mehr, alles ist dann total anders, weil alle sich nur noch um das Wohlfühlen der WählerInnen kümmern, weil sie sonst ganz schnell abgewählt werden. Und das nur so geht es. All die anderen Konzepte sind kompliziert, schwierig, kosten unheimlich viel Zeit, beanspruchen viel Zeit der Bürger, der WählerInnen, die sie gar keine Lust haben aufzuwenden und so weiter. Und deswegen werden die auch nie gewählt werden, solche komplizierten, zeiträuberischen Konzepte. Ich hoffe, dass sich das ausreichend deutlich dann bei der Veranstaltung sagen darf oder ob sich diese Partei eben auch wieder letztlich doch so erweist, als dass sie sagt, nee, Top-Experten interessieren uns nicht. Ein Schuster, der seit 50 Jahren alles über Schuhe gelernt hat, aber null gelernt hat, über Staaten und Staatssteuerung, der soll in Zukunft sagen, wo es lang geht. Der weiß das. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt plötzlich sagen würde, ich kann mir meine Schuhe selber bauen. Ich habe da ja null Erfahrung, aber ich kann das auch. Und das ist so die Illusion, die da vielleicht eine gewisse Rolle spielen wird als Problem. Letztendlich wird es immer auf die Frage aller Fragen hinauslaufen. In welcher der Neuparteien gibt es überhaupt eine ausreichende interne Kompetenz für die besten Reformen der besten Experten? Oder ist vielleicht Inkompetenz das Programm der Neuparteien? Manchmal hat man den Eindruck. Sozusagen, lass die Inkompetenzen an die Macht. Es gibt ja den Grönemeyer-Song Kinder an die Macht oder so ähnlich. Und jetzt vielleicht ist das Motto durchaus Inkompetenz an die Macht. In Zukunft, ja, das würde dann auch passen, Inkompetenz an die Macht, denn es gibt ja die Leute, die voll sind von den Vorteil bringenden Irrtümer der Gleichheitsillusionen, für die gibt es ja keine Inkompetenten. Da sind ja alle immer gleich kompetent. Ja, da gibt es ja nicht sowas wie 50 Jahre Schuster gelernt und deswegen kompetent im Bereich Schuhe. Sowas gibt es ja da gar nicht, weil eigentlich sind ja alle gleich und eigentlich müsste sich ja jeder auch seine Schuhe selber bauen können. Weil jeder ja alles kann. Und diese Gleichheitsillusion, die steht, glaube ich, so ein bisschen bei den Neuparteien, den Neuparteien selber im Wege. Ich kann nur davor warnen, das ist nichts anderes als vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten, die sich über die Gleichheitsillusionen sozusagen mehr Kundschaft produzieren, ja, und mehr Kinder von Unfähigen sich als Kundschaft sozusagen produzieren lassen, ja, von der Gesellschaft. Ja, in Zukunft wählt man die Partei, die für ihr Volksentscheid-Wahlprogramm, ich zeige es nochmal, für ihr Volksentscheid-Wahlprogramm, die besten Reformkonzepte der besten Experten gefunden hat. Ja, und das Mitglied Wir2020 EU startete, ich hoffe, sie wird berichten, dann bei der Basis über das Ergebnis dieses Experimentes startete, eine zweite Petition ist gleich, im Vergleich zu der ersten Petition, ein Mini-Volksentscheid über die Next Scientists for Future Gesundheitsreform. Unterschrieben haben wir übrigens bei der ersten Petition, also den Next Scientists for Future Gesundheitsreform-Konzepten, haben die unter anderem auch Mitglieder der FRAG-Partei und Orga-Teamleiter von wir2020.de und ja, aber bisher lassen sich nur einzelne Mitglieder beziehungsweise Orga-Teams von wir2020.eu und wir2020.de und FRAG-Partei beraten. Jetzt erst jetzt erste kleine Einladung durch die Basis, wo bleiben die anderen Parteien? Und man wird sehen, wie ernst gemeint diese Einladung war, ob das dann am Ende so ist, dass wir da in erster Linie da sein sollen, um einem Anthroposophen zuhören zu sollen, welche anti-wissenschaftlichen und anti-naturwissenschaftlichen vagen Konzepte eher vorschlagen wird für die Machtbegrenzung. Aber ich hoffe, dass wir da auch Kontra geben dürfen und sagen dürfen, so geht es nicht. Ihr könnt nicht mit irgendwelchen ja, anti-naturwissenschaftlichen Konzepten, es gibt keinen schärferen Kritiker an dem jetzigen Krankensystem als die echte Naturwissenschaft des Weltrates und der Next Scientist for Future und wir brauchen keine esoterischen Kritiker der Gesellschaft. Die stören eigentlich nur einen echten Veränderungsprozess und verhindern eigentlich nur einen schlechten, einen schnellen Veränderungsprozess. Nun gut, man wird das sehen, wie weit ich zu Wort kommen werde und so weiter. Ja, also deswegen noch mal liebe Herren und Damen Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, ja bitte versuchen Sie Ihre Parteien zu retten. Versuchen Sie, dass die nicht Inkompetenz und Esoterik und Weltfremdheit zum Programm machen, ohne die echten wissenschaftlichen Experten zu hören, die ganz klar Ihnen sagen werden, so geht's nicht, so wird das nichts. Es gibt die Partei Die Violetten, da sind so irgendwie die esoterischen Traumtänzer, sagen Sie mal, wie viel Wehler die haben, gucken Sie mal, Die Violetten sozusagen hier und werden Sie nicht selber Violett, ja das ist dann, dann haben Sie Null Chancen. Ja, also wieder zurück. Und der Stand bei diesem Experiment ist circa 200 Unterschriften für die Gesundheitsreform der Next Scientists bis jetzt eine Unterschrift für das Konzept der Gesundheitsreform von Wir 2020 EU und kein Kommentar, circa 60 begeisterte positive Kommentare zu Next Scientists for Future und null Kommentare bis jetzt, positive Kommentare bis jetzt für den Vorschlag von Wir 2020 EU aus dem Wahlprogramm sozusagen. Wenn das so bleiben sollte, aber das wird sich noch bewegen, da wird sich schon noch einige positive Kommentare auch für den Wir 20, aber wenn dieser Unterschied so bleiben sollte, ungefähr 60 positive Kommentare für Next Scientists for Future und vielleicht 30 positive Kommentare für Wir 2020 Parteiprogramm, dann kann man sagen, ja, wir erzielen doppelt so viele Stimmen, wenn wir wechseln würden zu dem Konzept, der Next Scientists for Future und das möglichst noch schleunigst vor der Wahl und das überall in Talkshows im Internetfernsehen allen mitteilen. Die Parteien wechseln ihr Wahlprogramm und beziehen die weltbesten Experten mit ein und gestalten auch ihr Wahlprogramm als Volksentscheid Wahlprogramm, damit wir nie wieder nur eine Seite der Medaille hören, sondern immer alle Seiten hören, unterschiedlichste Seiten, Audiatur et alterer pass. Einer hat mich in den Telefonarten letztens gefragt, warum wir dann nicht, warum dann die Partei nicht einfach nur auf die Next Scientists for Future Konzepte wechseln sollte. Da habe ich gesagt, weil bei uns wieder das Prinzip ist, dass es für jede Partei wichtig ist, immer auch die anderen Experten zu hören, auch wenn wir die alle für schlecht halten und für inkompetent und falsch, ist es doch aber wichtig, dass die Parteimitglieder und die WählerInnen doch hören, warum die aus unserer Sicht sich irren und welchen Irrtümern sie aufsetzen, von welchen vorteilbringenden Irrtümern sie infiziert sind, von welchen parasitären Memen oder Killerviren des Geistes diese unsere Konkurrenz quasi infiziert ist. Aber doch niemals sich einseitig entscheiden. Alles Einseitige grenzt doch immer ans Diktatorische. Schluck Wasser. So, jetzt mal Kurznachrichten vom Blatt. Wenn Kranker vorher jeden, also wenn ein Kranker, das ist also eine Vertiefung noch einmal zu unserem Gesundheitsreform Konzept und zu auch nur zu einem Modell davon. Wir können ja jeder, also das ist ja das Wichtige, man wählt ja bei uns, entscheidet man sich ja nicht für ein Konzept, sondern für unsere Reform Kompetenz. Wenn irgendjemand sagt, nee, das und das geht nicht, dann müssen wir halt das System daraufhin anpassen, auf etwas, sodass es dann geht. Wir machen es passend sozusagen. Aber hier jetzt bei diesem einen Modell, das wir mal genannt hatten, das hausarztzentrierte Gesundheitssystemsmodell, wenn es, wenn ein Kranker vorher jeden Monat 100.000 Gesundheitskosten hatte, dann erhält das Konto das Hausarzt, den sich diese Person gewählt hat, diese 100.000 auch weiterhin in dessen Etat hinein. Nur der Hausarzt macht jetzt was völlig anderes als früher. Er macht das Gegenteil von früher. Der versucht jetzt mit sozusagen diesen Patienten, nehmen wir mal an, der ist in der Klinik und besucht den in der Klinik und schaut, was er irgendwie tun kann, dass der in der Klinik besser ernährt wird. Vielleicht lässt er ihm selber gesunde Nahrung liefern oder was auch immer. Oder vielleicht dann macht er das, was Dr. Med van Aken vorgeschlagen hat. Er macht mit dem, dass der sozusagen auf einem weichen, super weichen Teppich sozusagen neben dem Bett joggt und so weiter, dass er so schnell wie möglich wieder mobilisiert wird und über Bewegung wieder Heilungsprozesse entstehen im Körper und, und, und. Also der Hausarzt ist immer der oberste Chef dann. Und der kann auch sagen, hier lieber Klinikarzt, Sie arbeiten für mich und wenn ich es für sinnvoll halte, dass der Patient sich jetzt schon bewegt, dann machen wir das. Weil der trägt die oberste Verantwortung und der Klinikarzt ist immer nur seine Hilfskraft. und die Klinik ist auch immer nur seine Assistenz. Und dieser Hausarzt versucht ja jetzt, dass man mit nicht mehr monatlich 100.000 Kosten für diesen chronisch kranken Menschen hat, sondern möglichst im nächsten Monat nur noch 90.000, weil dann auch der Verdienstzuschuss, der berechnet wird am Ende für den Hausarzt und sein Team natürlich größer wird. Und jetzt plötzlich hat also quasi der Hausarzt ein Interesse daran, so stark die Gesundheit zu fördern, dass diese Riesenkosten nicht mehr nötig sind. Also, Parteien sollten einzelne Reformen reinstellen in openpetition.de Das ist ein kostenloser Test. Das ist das, was ja dieses Mitglied von wir 2020 EU gerade im Moment macht. Und dann sogar Next Scientists reinstellen und dann die eigene reinstellen und dann alles gleich machen. Gleich überall gleich, was weiß ich, auf Facebook reinstellen oder auf Twitter oder sonst, wir alles gleich machen und dann mal gucken, nüchtern gucken, wie reagieren die Bürgerinnen auf das Reformkonzept der Next Scientists und wie reagieren die Wählerinnen auf das eigene bisherige vorläufige Wahlprogramm. Und dieser kostenlose Test, das kostet nichts, so eine simulierte Bundestagswahl, die kostet immerhin ein paar tausend Euro, aber das ist kostenlos. Also und in Zukunft wähle ich nur die Partei, ich spreche jetzt also aus Sicht von WählerInnen, in Zukunft wähle ich nur die Partei, deren Volks Entscheid Wahlprogramm, deren Volksentscheide mir am besten gefallen, denn letztendlich sind ja die Volksentscheid Wahlprogramme zukünftige Volksentscheide und ich wähle als WählerInnen in Zukunft natürlich nur noch die Partei, deren Volksentscheide mir am besten gefallen, weil die besten Reformen drinstehen. Das ist das Neue, so sollte die Welt der Parteien der Zukunft aussehen. Auch die CDU wird auf diesen neuen Modus überwechseln müssen, sozusagen, wenn sie dann in Zukunft noch überleben muss. Ja, nochmal der Satz, den ich auch in der Talkshow gesagt hatte, der dumme Hitler hat die klugen Juden gequält und das war einer der größten Fehler, den man machen könnte, denn jetzt fehlen uns die Klugheit im Lande, weil die Juden quasi abgeschlachtet wurden durch diesen dummen Hitler. Es ist immer das Dumme, quält immer das Kluge und das ist das Dilemma unserer Welt. Ja, Ja, also ich kann nur sagen, nach wie vor habe ich mich gegen Kinder entschieden, weil es bedeutet, würde für meine Kinder ja Leid bedeuten, als Kluge in einer so dummen Welt leben zu müssen. Am Ende ist es sowieso so, es kann sowieso sein, dass alles, was die Next Scientists for Future machen, völlig sinnlos ist, weil gegen die Dummheit, Albert Einstein hat es ja gesagt, wahrscheinlich ist ja wohl die Dummheit der Menschheit absolut unendlich. Es kann sein, dass die Menschheit nie etwas wird, dass das einfach ein, man könnte sagen, in die Evolution dieses Planeten grundsätzlich eingeht, als ein Irrläufer in der Evolution, also ein Beispiel dafür zu zeigen, dass Evolution auch einfach unheimlich schlechte Ergebnisse erzeugen kann. Das ist halt so. Evolution ist, wie sie ist, die ist ja nicht gedacht als was Gutes, Evolution ist ja nur etwas, was faktisch geschieht und faktisch kann eben offensichtlich auch Schlechtes geschehen. Vielleicht ist das hier, was wir haben, grundsätzlich ein Universum, in dem sich grundsätzlich das Schlechte evoluiert am Ende. Und vielleicht ist das einfach so. Und damit müssen wir leben. Also von daher sozusagen, ich sollte mich gar nicht da größer anstrengen, dass man uns wirklich versteht. Wenn, dann wird das sowieso nur so gehen, dass man sagt, ich gebe den Next Scientists for Future Reformen und der Partei, die die Next Scientists for Future Reformen in ihrem Volksentscheid mir präsentiert, denen gebe ich die Stimme, auch wenn ich das gar nicht hundertprozentig verstehe, aber ich merke, die meinen es gut und die können es auch. Und andere meinen es vielleicht gut, aber die können es nicht. Die Wähler wählen also in Zukunft diejenige Partei, die die besten neuen Reformkonzepte und externen Experten ausgegraben hat. Externe Experten sind ja wichtig, weil sie müssen die Reformen durchführen, denn wir können ja nicht diese Top Reformkonzepte dann in kompetenten Umsetzern, also Reformern überlassen. Wir müssen ja dann auch die Experten in den Ministerien Hand anlegen lassen. Das ist ja die Aufgabe dann der Next Scientists for Future . ja das Forum ach so ne wir2020.de hat sich zurückgemeldet und auch die Petition unterschrieben ja und dann noch mal kurz ein Blick darauf was wollte ich noch zeigen hier ich wollte doch das zeigen ja genau das wollte ich doch zeigen hier nämlich es gab ich glaube die habe ich nämlich noch nicht vorgelesen zwei sehr fundierte oder sehr gute Kommentare nochmal die neue dazugekommen waren ich habe also ich habe die Petition mit den Next Scientists for Future Gesundheitsreform Konzepten unterzeichnet weil oder damit Ärzte ihre Patienten natürlich behandeln dürfen und nicht nur überleben können wenn sie diese mit chemischen Medikamenten und Behandlungsmethoden der Pharmaindustrie zu lebenslangen Patienten machen müssen das ist ein guter Kommentar über den freue ich mich und dann hat noch jemand geschrieben das ist der wahre Ansatz dem ist ja nichts hinzuzufügen ja ja dann würden sich Ärzte ich habe die Petition unterschrieben denn dann würden sich Ärzte wieder mehr dem Patienten widmen und so dafür sorgen dass man auch wirklich gesund bleibt für mich ist aus der Ärzteschaft eine Ärzte Mafia geworden diese Petition ermöglicht eine langsame positive Entwicklung der Ärzteschaft zugunsten des Patienten das ist sehr klug eine positive Evolution wird ausgelöst ja und so geht es immer weiter Sie können das ja alles nachlesen ich habe ja schon gezeigt wo Sie das finden ja dann nochmal hier weitere Kurznachrichten ne ja Sie studieren nicht echte Wissenschaft wenn Sie bei uns nicht jeden Link anklicken und alles durcharbeiten und zwar alles mehrfach durcharbeiten wenn wenn nicht so ein oberflächliches mal drüber schauen das können Sie vergessen dann werden Sie nie was begreifen von echter Wissenschaft Sie werden die Wahrheit der Welt nie verstehen ja übrigens wir haben circa 45 Millionen wählende Menschen also nur 45 Millionen Menschen in Deutschland also 40 Millionen spielen gar keine Rolle in Deutschland es sind nur 45 Millionen Menschen die tatsächlich wählen und die müssen wir gewinnen also machen wir bitteschön Politik nicht für Bürgerinnen sondern für Wählerinnen denn 40 Millionen wählen ja gar nicht und eine Partei die also sozusagen Politik für nicht wählende Bürgerinnen macht die ist zum Scheitern verurteilt sie müssen Politik für alle machen aber mit Schwerpunkt auf die wählenden Bürger ja in der Basis ist so auch in Telefonaten kommt man immer wieder an den Punkt dass in der Partei die Basis eine gewisse leichte Geringschätzung meint man zu spüren der besten externen Experten immer wieder trifft man auf sowas wie ja die sollen doch es kann doch jeder Mitglied in der Partei werden kann eben nicht jeder man erkennt nicht dass eine Partei immer ein bisschen was schmutziges ist und man will sich die besten Experten der Welt wollen sich nicht beschmutzen mit der Mitgliedschaft in irgendeiner solchen eventuell sich hinterher als vielleicht sogar als rechtsradikal oder so rausstellenden Schmuddelpartei sozusagen die haben da einen völlig falschen Blick also sie müssen sich mal klar sein also die Neuparteien was die für ein Image in der Gesellschaft haben die haben ein Image in der Gesellschaft als Spinner Parteien und da fordert man die externen Experten auf sie sollen doch mal so einfach so Mitglied werden sie sollen ganz die Neuparteien sollen froh sein wenn die Next scientists for future bereit sind potenziellen Schmuddel Parteien sozusagen zur Verfügung zu stehen als externe Experten also man setzt einfach zu leicht in diesen Parteien auf die weniger kompetenten die weniger kompetenten internen Experten die sich da irgendwie vielleicht sogar teilweise reingedrängt haben weil sie sozusagen ihr Süppchen kochen wollen ja also noch einmal der Hinweis eine gute Neupartei beginnt mit der Grundhaltung die die Fraktpartei aufweist hier zu lesen in rot die Fraktpartei die freie Argumente Kulturpartei die ist bis jetzt die einzige die ganz klar sagt natürlich es muss völlig egal sein ob es ein parteiinterner oder externer Experte ist und auch wenn der externe Experte weigert sich uns zu beraten müssen wir halt Referate über den externen Experten machen aber wir dürfen doch seinen Standpunkt nicht grundsätzlich ausschließen und das ist die richtige Haltung also bis jetzt liebe die Basis und wir 2020 in allen Varianten lernen sie von der Klarheit der Fraktpartei für die Offenheit und lernen sie für diese Klarheit dass immer nur ein vielfältiger Volksentscheid ein vielfältiges Volksentscheids Wahlprogramm Zukunft hat und nicht Einseitigkeit ja wir wollten doch nicht nur dass nicht nur Drosten Wieler und Lauterbach gehört werden sondern auch Bhakti Wodak Schiffmann ja also müssen wir doch mindestens sechs verschiedene Sichtweisen anbieten ja und nicht wieder uns für eine Einseitigkeit entscheiden und damit wieder fünf andere Sichtweisen ausschließen immer immer diese Ausschließer Ritis ja die schlimmste Krankheit von allen ja dann ja die Einwanderung wird man kriegt nur ein Einwanderungsrecht nur wenn man verspricht Kinder müssen katholisch oder evangelisch erzogen werden und dem Religionsunterricht zugeführt werden damit sich nicht eben auch eine Tendenz entwickeln kann über die Kinder eventuell irgendeine extreme Religion vielleicht oder Politreligion dass die sich ausbreitet die Kinder müssen zunächst einmal also in Kontakt und alles mitkriegen von katholischer oder evangelischer Religion und dadurch hoffen wir dass wir dadurch begrenzen können dass eben irgendwelche aggressiven Religionen sich in Deutschland zu stark ausbreiten ja eine Überhöhung aus Profit haben 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 sich dort vorteilbringende Irrtümer durchgesetzt dass man also auch alle Minis unter zwölf Jahren sozusagen behandeln solle ich habe es ja schon gesagt dass ich meine persönliche Meinung ist die nicht ich spreche jetzt nicht für die Next Scientists for Future sondern nur das sind alles nur persönliche Meinungen von mir selber ich bitte also um Eintragung in diesen Volksentscheiden als persönliche Meinung von Herrn Dillen ja sozusagen dass wir unter zwölf Jahren dass die Krankenkasse ich habe letztens gesagt die Eltern sollen das selber bezahlen ne machen wir das ruhig über die Krankenkasse der Hausarzt hilft den Eltern und bei den unter Zwölfjährigen in dem er Schmerzmittel empfiehlt und verschreibt und so weiter aber mehr nicht ja wir gucken einfach ob das Kind genetisch überhaupt ein ausreichend starkes Immunsystem hat und wenn nicht dann ist es wenigstens schmerzfrei und schläft dann irgendwann schmerzfrei ein und die Eltern versuchen es einfach mal mit noch ein paar weiteren Kindern und dann sieht man welches sozusagen genetisch gesund ist ja und genauso wie sich die Medizinspartler mit ihren Vorteil bringenden Irrtümern quasi wie die in uns hinein Gendefekte hineingezüchtet haben weil das sich als profitabel erwiesen hat in der Evolution und deswegen diese Vorteil bringenden Irrtümer immer weiter ausgebreitet wurden und die gesamte Medizinethik infiziert haben und zu einer pathologischen Ethik gemacht haben genauso züchten sich die NGOs sich Armeen von Hungernden damit dann die Menschen bereit sind viel zu spenden und damit dann die Gehälter innerhalb der NGOs hoch ausfallen können also sozusagen man kann auch sagen die NGOs züchten sich selber ganze Armeen von Hungernden und Notleidenden in aller Welt es würde zum Konzept passen wenn es bei den NGOs auch tatsächlich Situationen gäbe wo man Panda-Bären oder Eisbären in Notsituationen bringt um dann die richtigen Bilder zu haben um Spenden sozusagen sammeln zu können an denen man sich dann wieder bereichern kann also es wird Zeit dass wir das Spiel der NGOs endlich durchschauen als Weltbevölkerung Mitglieder der Parteien sollten sagen ja die sollten den Parteien sagen hier die Parteimitglieder sollten aufwachen und sagen ja ich wollte doch Mitglied in einer Partei werden und nicht in einer Sekte also nicht in einer anthroposophischen Sekte ja das würde ich den Parteimitgliedern da dringend anraten also wenn man sich so in die Nähe der Anthroposophie begibt das ist aus meiner Sicht kann das ein Todesurteil für jede Partei sein gucken sie sich an wie viel Prozent die Violetten bekommen haben mit so ähnlichen esoterischen Träumereien gut gemeint aber es sind doch alles Träumereien hat doch mit echter Wahrheitsfindung und Wissenschaft null zu tun ja Kandidaten die Wahlkandidaten werden leider bisher ich kann diese Sendungen kaum anschauen weil das unerträglich ist eigentlich die werden bisher präsentiert mit wir können eigentlich gar nichts und suchen auch nicht nach den besten Experten mit den besten Reformen ja und wählt uns trotzdem wählt uns obwohl wir nichts können und uns gar nicht auf die Suche nach den besten Experten gemacht haben die was können wir können nichts arbeiten nicht mit Leuten zusammen die was können und trotzdem sollt ihr uns wählen und uns die Regierung des Bundeslandes übergeben ja mal gucken wie erfolgreich das sein wird bin gespannt der Irrweg ja ich muss auf einen Irrweg noch hinweisen viele denken verwechseln immer bei Korrelation immer die Kausalitätsfrage Korrelation bedeutet nicht automatisch Kausalität wir haben die Tatsache dass in gebildeteren Kulturen tatsächlich weniger Kinder geboren werden aber die Kausalität ist eventuell genau eine die wir ja eigentlich gar nicht haben wollen die Kausalität ist nämlich eventuell ganz schrecklich in in unseren gebildeten Kulturen machen wir unsere Frauen unglücklicher bringen sie in die Lage von Karriere Frauen die sich immer häufiger gegen Kinder entscheiden dadurch bekommen quasi unsere fähigen Frauen keine Kinder mehr dadurch sinkt der gesamte Intelligenzdurchschnitt Deutschlands ab sozusagen wir werden alle im Durchschnitt immer dümmer weil einfach die klügeren Kinder fehlen und dabei werden die Frauen noch unglücklich weil sie lebenslang kinderlos bleiben oft sehr oft das heißt wollen wir wirklich die Bevölkerungsreduktion weiter über diesen Weg des Unglücks betreiben das ist doch der Weg des Unglücks das hat doch nichts mit einem guten Weg zu tun das ist doch ein Weg des Unglücks und ich kann nur davon abraten also ich bin ganz sicher dass all die wirtschaftlich erfolgreichen Kulturen den Geburtenrückrang erkaufen durch das Unglück der Frauen durch Elend und Unglück bei den Frauen und das kann ich nicht empfehlen ich will doch dass die Frauen glücklich werden und dass die klugen Frauen auch wieder glücklich werden mit ihren Kindern und die Reformen dazu haben wir ja schon beschrieben tausendfach beschrieben ja das war es doch mit jetzt zeige ich noch den Ausstieg also bei der Talkshow wäre es jetzt wieder so wir gehen auf Google wir gehen auf die Talkshow wir beenden die Präsentation jetzt sind wieder alle Talkgäste zu sehen wie winke winke und dann klinke ich mich aus der Sendung aus und tschüssi bis bald und jetzt muss ich gucken wo ist es ja tschüssi bis bald